herzlich willkommen zu diesem neuen video heute möchte ich mal ein bisschen mit euch über dimensions reden also lego dimensions denn ich finde im nachhinein betrachtet ist das das beste was man quasi mit video spielen smartphones etc und lego zusammen kombiniert machen konnte und was lego auch bis jetzt gemacht hat wir wissen es gab video wir wissen es gab hilden zeit und wir wissen wie diese serien kolossal gefloppt sind sie haben natürlich auch coole steine etc dabei gehabt ein paar coole minifiguren aber an sich ist dieses konzept halt meiner meinung nach eher gescheitert als zum beispiel dimensions dimensions weiß ich ist auch vorzeitig eingestellt worden also es gab da irgendwie einen plan dass das mindestens drei jahre laufen sollte und es ist tatsächlich 2017 dann schon eingestellt worden nichtsdestotrotz möchte ich mal ein bisschen meine gedanken dazu äußern zu diesem ganzen thema was dimensions überhaupt ist und warum ich finde dass das damals glaube ich nicht so richtig gewertschätzt wurde und in der heutigen betrachtung wesentlich cooler gewesen ist als andere sachen die wir dafür bekommen haben jetzt ist die frage was war denn überhaupt lego dimensions also um kurz auf die story anzugehen im prinzip ist lego dimensions ein multiversum oder multiversales spielerlebnis in dem mehrere charaktere bekannte charaktere oder charaktere die viele vielleicht nicht kennen gutes beispiel ist zum beispiel batman gandalf ghibli zum und so weiter und so fort wir gucken uns gleich noch ein paar packs an die wurden alle in eine szenerie geworfen weil sie das multiversum retten mussten und das ist so der grobe plot ich habe das spiel selber nie gespielt aber ich habe mich natürlich vorher informiert wie das alles gelaufen ist was der grund dafür war et cetera und die müssen dann quasi alle zusammenarbeiten weil diese charaktere auch irgendwie ihre freunde bekannte oder sonst irgendwas verloren haben und die natürlich wieder haben wollen und dadurch ein multiverses chaos entstanden ist oder entsteht weil der böse ich habe den haben folgen gegoogelt vor tag oder wie der hieß der sucht die bausteine um quasi die macht irgendwie zu erhalten oder so und so grob ist das das ist für uns jetzt natürlich jetzt nicht mehr so interessant wie es damals vielleicht für kinder zum beispiel war aber man muss ja irgendwie ein bisschen anfangen in diese story ranzukommen warum es das überhaupt gab denn lego hätte auch einfach sagen können hey wir bringen jetzt hier ein minifiguren pack für 15 euro raus da ist eine coole figur drin und fertig und wie funktionierte lego da menschens fragt ihr euch jetzt sicherlich für die die es noch nicht kennen es gab ein toy pad und die sogenannten toy tags dann nehmen wir jetzt als beispiel hier einfach mal den guten et und quasi fürs spiel erlebnis war nur unten diese runde fläche von löten weil da die daten natürlich für die figur gespeichert waren man konnte das auf dieses toy pad setzen und dann konnte man die figur quasi ins spiel übertragen also die figur hat sie nicht aufgelöst und ist ins spiel gekommen sondern die daten waren da drauf und da hat man halt die figur dafür bekommen das heißt zum spiel braucht man auch nur diese runden icons theoretisch natürlich ist das mit einer figur immer cooler aber rein von der logik her ist die figur eigentlich in dem sinne für das spiel nicht relevant also man braucht im prinzip immer nur dieses kleine goldene teller hin oder plate oder sonst was also wenn man das spiel nachspielen möchte und keine 50 euro für so eine figur ausgeben will ihr braucht halt nur diese kleinen runden dinger unten und dann kann das spiel erlebnis auch schon losgehen wie genau das jetzt alles abgelaufen ist mit dimensions ob das jetzt ein spaßiges spiel war das soll gar nicht unbedingt jetzt der punkt hier in diesem video sein denn wir kommen gleich zu dem punkt der natürlich für die meisten die jetzt zugucken auch am interessantesten ist für mich natürlich auch und das sind natürlich die verschiedenen minifiguren und lizenzen die man hier bekommen hat in dieser wunderbaren serie das beste an der menschen wäre damals für mich auf jeden fall so wie heute das gewesen was man in diesen zusatzpacks bekommt nämlich die coolen minifiguren und da gab es viele verschiedene sachen natürlich hat man diesen coolen batman diesen excalibur batman in dieser coolen figur aber jetzt fragt man sich okay batman ist jetzt vielleicht nicht so interessant die teen titans wer die auch kennt das ist natürlich auch von dc gab es tatsächlich auch dass es sind natürlich so sachen die können im normalen sens auch noch mal vorkommen auch als charaktere und so batman ich weiß wie viele bandmans wir schon bekommen haben ganz klase klare sache aber beast boy zum beispiel ist natürlich eine coole figur und auch starfire es gab aber auch lizenzen und lizenzfiguren sowas wie mission impossible zum beispiel und das ist natürlich eine figur und eine lizenz zu der wir niemals sets bekommen voraussichtlich ähnliches gilt zum beispiel auch für beetlejuice es gab hier natürlich auch ein paar sachen die generisch waren auch im gollom auch im gandalf auch im gimli legolas etc die hat man irgendwie so schon mal gesehen oder so schon mal bekommen aber hier ging es natürlich hauptsächlich auch um lizenzen die man so als sets vielleicht nicht bekommt ich weiß zum beispiel beim gremlins wo wir gerade sind gibt es immer wieder ideas vorschläge oder entwürfe die dann aber vielleicht abgelehnt wurden damals gab es dazu halt nichts und das ist halt wirklich schade weil man hier über der menschen die chance bekommen hat vielleicht einen coolen charakter aus einem kindheitsfilm einem jugendfilm zu bekommen powerpuff girls sowas ich weiß wir haben dann 2018 zu powerpuff girls noch zwei sets bekommen aber das ist halt was wo ich niemals selber damit gerechnet habe okay das wird lego als set mal rausbringen oder sowas das ist natürlich eine coole sache gewesen und das ist so der hauptgrund glaube ich gewesen warum viele dieses sets und packs trotzdem gekauft haben ich weiß nicht wie viele wirklich sich hingesetzt haben auch von den erwachsenen gerade und diese spiele gespielt haben aber die leute haben das geld dafür ausgegeben und zugegebenermaßen sehr sehr viel geld dafür ausgegeben das hat sich bis heute noch ein bisschen verschlimmert aber dazu kommen wir gleich das größte problem an der menschen fragt ihr euch jetzt sicher was ist das hört sich alles ganz cool an man hat ein starter set man kann das alles erweitern sehr gut ja aber dieses starter set hatte ich vorhin ja schon mal gesagt beispielsweise liegt bei 100 euro oder lag bei 100 euro diese zusatz packs wo auch nur eine figur drin war ich weiß man konnte diesen zeitbild den ich jetzt komplett ignoriert habe bei allen sachen die ich gesagt habe auch mit in das spiel natürlich übernehmen ganz klare sache überall wo so ein teller quasi mit bei ist die dinger konnte man natürlich auch ins spiel übertragen aber letztendlich viele haben dann die 15 euro für dieses einzelne pack wo eine figur drin ist also eine minifigur und ein bild oder sogar 24 euro für zwei figuren und zwei bild oder es gab zum beispiel auch von dem grunis das mit slot das hat sogar 30 euro gekostet also du hast im prinzip für eine minifigur und ein paar legosteine 15 bis 30 euro bezahlt also je nachdem da zwei figuren vielleicht auch mal eine bei der guni sache waren es tatsächlich diese zwei mini bilds und nur das loss also hast du eigentlich für eine figur die 30 euro bezahlt und das ist natürlich etwas was extrem schwierig ist jemanden zu vermitteln hier das ist das pack du bekommst dieses pack hier und dafür wollen wir jetzt 15 euro haben 20 euro 30 euro ich weiß die preisdiskussion bei lego ist immer etwas was ja was natürlich immer wieder zum vorschlagen kommt aber hier gerade als sammler wenn man nur diese eine figur haben will ist es natürlich sehr unglücklich die ganzen beliebten figuren allerdings sowas wie zum beispiel slimer von ghostbusters oder auch sowas wie beetlejuice die werden nur noch selten angeboten weil natürlich die leute die haben wollten und auch bekommen haben und wenn sie angeboten werden dann kosten sie manchmal 50 euro manchmal 60 euro das variiert dann schon stark also wenn ihr die zu hause habt und ihr vielleicht ein bisschen geld braucht verkauft ihr einfach da könnt ihr euch sonst was mit finanzieren das ist ein bisschen schade dass lego quasi das nur mit diesem spiel rausbringen konnte und nicht gesagt hat okay wir machen so eine die hätten sie auch eine themreihe nennen können wir machen so eine special serie von mir ist auch so ein mini bild so wie dimensions nur ohne diesen spiele aspekt und dann vielleicht für sieben oder acht euro also so die hälfte irgendwie das wäre eine coole sache gewesen aber so ist das natürlich schon bitter gewesen gerade du musst ja trotzdem als käufer diesen elektronik aspekt und den videospiel aspekt mit bezahlen das heißt du bezahlst diese kleinen disks mit diese toy text mit denen du dann theoretisch auch spielen kannst die du aber vielleicht gar nicht haben willst du willst nur diese eine figur haben und dafür zahlst du dann 14 15 16 20 euro je nachdem und das ist halt ein bisschen unglücklich gewesen es gibt in manchen läden tatsächlich noch reste von diesen dimension packs das sind leider natürlich die die jeder schon hat oder keiner mehr braucht oder sonst was also nicht die coolen lizenzen auch keine herr der ringe sachen habe ich jedenfalls nicht gesehen sondern es hinter so sachen wie zum beispiel juni kitty oder sowas also was die meisten wahrscheinlich jetzt nicht interessiert aber die haben tatsächlich einen sammlermarkt und die sind auf jeden fall sehr gefragt gerade wie gesagt diese ganzen beliebten figuren cool für sammler gewesen damals aber trotzdem natürlich zu teuer und das ist glaube ich auch das problem warum diese ganze serie dann eingestellt wurde beziehungsweise generell ist dieses toy to life prinzip natürlich eigentlich in erster linie so cash grab also man verkauft ein spiel und man verkauft für sehr sehr viel geld sehr sehr wenig weiter um das so ein bisschen auszubauen und zu erweitern was man die dimensions aber zugute halten muss im gegensatz zum beispiel zu video bei video braucht man nicht die figuren aus dieser video serie oder sonst irgendwas das kann man mit den figuren die man zu hause hat auch machen also das macht diese idee irgendwie noch schwachsinniger bei video bei der menschen braucht es du diese chips quasi diese toy text auf jeden fall sonst konntest du natürlich die charaktere die ich ins spiel integrieren ob das jetzt gut oder schlecht ist ist die eine oder andere frage aber es ist auf jeden fall sinnig gewesen dass man das tatsächlich auch braucht um das spiel überhaupt dann so mit den figuren dann spielen zu können und damit kommen wir so ein bisschen zu meinem fazit zu der ganzen reihe natürlich müssen wir jetzt die aspekte rauslassen so was wie viel spaß das spiel gemacht hat etc und ob das cool war ob jemand damit den ganzen tag spaß hatte für mich und für viele von euch geht es halt auch nur um die minifiguren das ist die sache und das fand ich halt eine coole idee dass man halt in einer serie minifiguren und lizenzen bekommt die man so als setz auf jeden fall im normalfall nicht bekommen wird oder würde natürlich zum beispiel beim a team vielleicht gibt es da irgendwann diesen bus jetzt in der creator rei da gibt es jetzt mittlerweile auch lizenzen mäßig gehen die da voll rein mit ghostbusters und zurück in die zukunft etc das kann natürlich sein auch gremlins oder sowas aber damals war das halt was sehr sehr besonderes also von den goonies zum beispiel kann ich mir nicht vorstellen dass es da jemals ein set von gibt gremlins ist auch so ein heikles thema weil das nicht gerade unbedingt ein kinderfreundlicher film ist finde ich persönlich jedenfalls und das ist halt eine coole sache damals gewesen ich war leider in der dark ages sonst hätte ich mir da auf jeden fall auch mit rabatten natürlich einige sehr coole sets besorgt dass die einzigen beiden sets die ich habe ist der green arrow in so polybag und den excalibur batman aber ansonsten ich habe halt auch mal geguckt ob man die anderen irgendwie vielleicht günstig bekommen kann aber die die ich cool finde sind meistens auch die die andere cool finden und dementsprechend sehr teuer sind also es ist gescheitert denke ich aufgrund des hohen preises dem man mit dazu zahlen musste hätte so ein pack fünf euro kostet dann hätte sich diese ganze serie nur über die fünf euro packs verkauft und die hätten das bis heute wahrscheinlich noch durchgezogen aber so ist nun mal manchmal lego kann sowas vielleicht nicht machen ohne dass es dazu eine bindende entweder lizenz oder vereinbarung oder spiel oder sonst was gibt ist ein bisschen schade aber sagt mir gerne eure meine zu der menschens ich habe ich hoffe ich konnte euch meine einigermaßen gut erklären ich denke ich denke ich habe es ganz gut rübergebracht was ich damit sagen wollte dass da menschens auf jeden fall eine coole serie war mit sehr cool minifiguren wo natürlich auch hauptsächlich die minifiguren interessant waren also aber vielleicht habt ihr erfahrungen damit gemacht vielleicht habe ich nur quatsch erzählt schreibt mir das gerne die kommentare ich bin immer offen für verbesserungsvorschläge und vor allen dingen wenn ich irgendwas falsch sage möchte ich auch dass ihr mich korrigiert also das soll dann nicht so stehen bleiben so endgültig ich hoffe euch hat das video gefallen habt einen wunderschönen tag und wir hören und sehen uns bald wieder macht's gut und bis dann